Hallo und Willkommen und wir spielen eine Runde mal wieder, ah ne wir spielen heute nicht Druide, wir spielen heute eine Runde mit unserem Jäger, ich habe Stack geändert, ihr seid es an der linken Seite und ich sehe auch, dass ich immer noch den ganzen Schrott dran habe, mischt. Ich wollte eigentlich diese blöde Bestie Robes nehmen und doch einen Cain noch ersetzen, aber muss ich wohl irgendwie vergessen haben, naja, nichtsdestotrotz wir spielen eine Runde mit dem Druide, äh mit dem Hunter, jetzt bin ich immer noch beim Dreiden, ähm, unsere Starthand ist nicht schlecht, allerdings einmal fast brauchen wir hier nicht drauf und bekommen einen sehr sehr schönen kleinen Starter. Der Lepragnum, weil er einfach wirklich auf jeden Fall seine zwei Schaden macht, wenn nicht sogar vier oder sechs Schaden. So, denn das Schöne ist, wir können ihn jetzt gleich, oh wir bekommen noch einen, wir können ihn jetzt gleich in der ersten Runde spielen und sie kann einfach nichts dagegen machen, höchstwahrscheinlich, sie hat keine, sie müsste coinen. Na, doch, okay, sie geht direkt auf mich, wundert mich ein bisschen, aber Mai, äh, kann man eher so machen. Wir spielen noch einen Lepragnum und gehen direkt auf sie. So, wenn sie jetzt Heldenfähigkeit zielt, gibt es nochmal zwei Schaden, aber auf jeden Fall liegen hier vier Schaden direkt für sie ins Gesicht nochmal dran. Ich hätte gerne einen Fass jetzt, nein, sie spielt ihre Heldenfähigkeit, bekommt hier die zwei Schaden rein, bekommt nochmal zwei Schaden durch die Todesrickeln und sie ist schon getroppt, äh getroppt auf eine schöne 24. Gut, da kommen leutere Schaden und wir holen uns vier Begleiter und nochmal zwei Schaden, äh vier Schaden. Meine Güte, ich bin heute Morgen echt schon verwirrt, das ist noch eindeutig zu früh. Ja, wir müssen jetzt einfach mal irgendwas kommen von ihr. Gut, damit können wir arbeiten. Wir haben ja noch hier unser schönes Fass. Ah, wir haben sogar noch was Besseres. Wir haben hier unseren Wolfsräder. Eine wunderschöne Opferkarte, um mal schnell wieder Schaden zu machen. Und wir hauen sie runter auf 12. Und immer noch. Also wenn sie jetzt nicht irgendwie eine Preparation irgendwas Combo spielt, dann wird es langsam wirklich ein bisschen eng für sie. Ich habe eigentlich gedacht, sie spielt Waffe und dann noch ein bisschen Gift drauf. Aber da kam irgendwie nichts. Ich frage mich, ob... Okay, sie spielt die Gnomische Erfinderin. Ähm... Die nehme ich ja natürlich weg. Ich ziehe nochmal extra zwei Schaden drauf und hier auch nochmal. Ach komm. Jetzt könnt langsam, Runde 5, da könnte irgendwas Großes kommen. Ach komm. Okay. Ein Tank muss her. Und nochmal die Gnomische. Kommt noch was? Ah, und sie nimmt uns an. Okay. Gut, sehr schön. Nein, machen wir nicht. Die heben wir uns auf. Schauen wir, was entsprechend kommt. Und wir haben so ein Dusel. Wir bekommen einen der stärksten Tanks hier drin. Also für die Kosten, einen 4-4er-Tank zu bekommen. Das ist natürlich klasse. Weil sie hat jetzt beide und kriegt ihn im Prinzip nur weg, wenn sie nochmal... Ja, zum Beispiel ein Attentatsspiel. Ich hätte gerne einen von meinen beiden hier verhungernden Bussards. Und das sind in Runde 7. Sie können aber nochmal rein, wird sich wahrscheinlich... Nein, sie spielen einen Raptor. Aber wir müssen ja nur noch 4 Schaden machen. Wenn ich das richtig sehe. Und wir sind in Runde 7. Das heißt, ich spiele eine... Ich habe hier 2 Schaden. Und ich komme an ihr perfekt vorbei. Ja, dann sagen wir... Gut gespielt. Ich spiele einen Waldwolf. Und lasse die Hunde da. Nehme ihn weg. Nehme ihn weg. Und schaue ihn auch nicht rein. Ja, dann gebe ich es. So. Ja, war eine schöne Runde. Man sieht, was einfach passiert, wenn man zu lange wartet und sich zu weit droppen lässt. Man hat einfach nachher nicht die Chance, auch wenn man eine schöne Oberhand hat, nochmal reinzukommen. Und ja, ich hatte jetzt in Runde 6 halt eben die schöne Möglichkeit, jetzt halt eben... Ja, an ihr komplett vorbeizugehen, ihre Diener komplett zum ignorieren und ihr einfach komplett alles ins Gesicht zu geben. Ist auch wieder ein schönes Lehrstück halt eben, woran man... Ja, worauf ich mir vielleicht ein bisschen was lernen kann. Wir konnten noch nicht die ganzen Stärken des Decks hier ausspielen. Ich hoffe, ich werde jetzt mal die Beste wahrscheinlich im nächsten oder übernächsten Spiel. Ich muss ja echt jetzt mal austauschen. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge am Deck habt, dürft ihr mir sie auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Bis dann. Ciao, ciao.